Hey meine Lieben und Willkommen zu einer neuen Ausgabe von InstaTalk. Gebt dem Video schon mal einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Ist Nilo Fahirani wieder zurück? Gestern sorgte der Instagram Post von Nilo für Aufsehen, denn er kam sehr unerwartet. Hallo meine Lieben, ich habe es sogar nicht geschafft, mich bei euch zu verabschieden. Manchmal ist das Leben so hart, dass man es nicht mal schafft, sich zu verabschieden. Aber wichtig ist, dass man kämpft, um wieder grüßen zu können. Ich grüße vom ganzen Herzen allen, die mir noch folgen und möchte, dass ihr wisst, die Pause hatte einen schwerwiegenden Grund. Mein Wunsch ist es, wieder so stark zu sein, um so aktiv wie früher zu werden. Die schöne Zeit mit euch möchte ich wieder haben. Viele Grüße nie. Leider war aus dem Post nicht wirklich rauszulesen, was in ihrem Leben vor sich ging. Außerdem kam danach in ihrer Story viel zum Thema Ernährung. Wir sind gespannt, was das alles zu bedeuten hat. Das war es auch schon von mir. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Insta Talk.